Hallo ihr lieben Mäuschen da draußen, juhu! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Stanley Parable. Ja, in der letzten Folge haben wir ja doch wieder einen anderen Weg eingeschlagen als den, den ich eigentlich ursprünglich gehen wollte. Und wir haben uns auch das ganze Museum nochmal fertig angesehen sozusagen. Und eigentlich wollte ich in der letzten Folge ja das mit den farbigen Türen machen. Da ich mir dachte, komm, das letzte Mal wollte er, dass ich die rote Tür nehme. Bin aber durch die blaue Tür gegangen. Und das wollte ich eigentlich in der letzten Folge ändern, indem ich diesmal in die rote Tür gehe. Allerdings habe ich dann wieder einen anderen Weg gefunden, die wir dann doch wieder eingeschlagen haben. Und jetzt bin ich aber mal gespannt, was passiert denn, wenn wir wirklich durch die rote Tür gehen. Ich hoffe mal, ich finde dort nochmal hin. Ich gehe jetzt einfach nochmal hin und gucke mal. So, natürlich quatscht der Erzähler wieder dazwischen, der ist eh klar. Oh! Oh! Lass uns die Geschichte finden. Okay, entweder die hier und die hier. Da lang. Okay, weißt du was? Ich gehe jetzt mal da durch. Warte, nein! Ich wollte doch... Scheiße, ich habe mir zu viel Zeit gelassen wahrscheinlich. Verdammt. Okay, aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann ich da denn irgendetwas tippen oder so? Kann ich da irgendetwas machen? Nein, überhaupt nicht. Gut. Ähm, gut, dann gehe ich hier nochmal raus. Bla, 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 bla. Das wird man schon alles. Dankeschön. So, wie sieht's jetzt? What the fuck? Es ist schwer. Ich könnte mich daran erinnern, dass es falsch ist. Es ist möglich, dass die Geschichte zurückgekommen ist, wo wir gerade kamen. Warum gehen wir nicht in die andere Richtung, und sehen, ob wir etwas verpasst haben. Das ist jetzt creepy. Also, ich muss mich jetzt wohl oder übel an die, an die, an den Auftrag halten, den er mir gibt. Denn ich kann sonst nix... What the fuck? Da kann ich nicht durch, ne? Da ist nass, okay. Den schalten wir aus. Den hier können wir überhaupt nicht mehr ausschalten, interessant. Äh, können wir da irgendwo rein vielleicht jetzt? Nein. Hier nicht. Da vielleicht? Nein. Aha. Ich wusste, dass wir etwas verpasst haben. Die Geschichte. Hier kommt es. Was zum Hinker soll das? Nein, warte. Never mind. Nicht die Geschichte. Okay. Lass uns den anderen Weg zurückgehen. Und unsere Schritte zurückgehen. Was? Was tut der mit mir? Das ist doch gemein. Moment. Wir haben es. Fünfe und halb zwölf gleich. Okay. Sehr schön. What? Okay. Jetzt sind wir ganz woanders. Wow. Ich werde ehrlich sein. Ich kenne es überhaupt nicht. Ist das die Geschichte? Ich glaube nicht. Ich kann es nicht ganz erinnern. Aber ich glaube, dass meine Geschichte in einem öffentlichen Geburt. Ist das korrekt? Hm. Erinnerst du, Stanley? Ja, ich kenne es nicht. Ich kenne es nicht. Seitdem ich komplett vergessen habe, was wir tun sollten, was wir tun? Wie ist das? Du gewinnen! Herzlichen Glückwunsch! Ich weiß, dass du viel Arbeit gemacht hast. Und es hat wirklich verpasst. Also gut. Oh nein. Nein. Ich fühle mich nicht richtig über das alles. Wir wissen beide, dass du eigentliche Arbeit gemacht hast. Einige Menschen gewinnen fair und square. Und das war nicht eine dieser Situation. Okay. Okay. Ich werde mit dem, was dieses Ort ist. Ich bin nicht interessiert, was diese Zeit passieren könnte. Ich muss wieder starten. Okay. Er startet wieder neu. Okay. Aber das ist ja fies. Das ist fies. Da musste man... Da musste man sich jetzt wirklich an den Erzähler... Oh, was da? Der Stanley Parable Adventure Line. Okay. Okay. Nice one. Was zur Hölle. Okay. Wir haben es wieder fünf nach viertel zwölf. Alles klar. Ja. Ich habe eine Lösung. Diesmal, um sicher, dass wir nicht verloren werden. Ich habe die Hilfe der Stanley Parable Adventure Line. Just folgen die Line. Wie einfach ist das? Das ist ja geil. Jetzt geht's da rein. Das ist ja nice. Ah. Scheiße. Soll... Soll ich jetzt den Weg da nehmen? Oder den hier? Das ist... Ah. Das ist gemein. Ach komm. Weißt du was? Wir wollen das Spiel erkunden. So sieht's aus. So. Schauen wir mal, was er dann macht. Wenn wir da erst folgen. Wo findet uns das hin? Du siehst? Die Line weiß, wo die Geschichte ist. Es ist in dieser Richtung. Aufwärts, Stanley. Zu Destinie. Nein. Hier ist eine Idee. Nur nicht wolltest du nicht, wo wir uns am besten sind. Wenn wir keine Geschichte haben, da sind? Oder es steht eine andere Art. Ist die Geschichte der keine Geschichte? trotzdem eine Geschichte? Trotzdem mit dem Aktuellen von langen Bezug aufwärts? chimest du eine Reise? Höllo, dass eine Geschichte imщеven Nein, im Gegensatz einmal проходiert wird in derandidaten Frau durchführen? Durch die sehr monitoredung der Natur seiner Leben dazu? Okay, Stanley. Ich muss nachdenken, dieser Bildung der Gedanken für mich. Ich Junge einfach mit meinem. Wir können beide sagen, dass die Natur der Existenz ist in fact a byproduct of one subjective experience of that existence right okay now if my experience of your existence of your subjective experience of this office is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct whoa 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 hang on that got a bit weird back there well i'd like to apologize not sure where i was going with all that you know what i think what we need right now is a bit of music to lighten the mood kann ich da irgendwo nein scheiße ich kann ja nicht durch weis wie war bei 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 ist das denn okay kann ich da springen dass ich gehe ich wollte einfach nur die linie so man stellt sich vor dass wir hier springen würden über das bild drüber laufen dann hier über die wand drüber und dann da über den schreibtisch laufen würden und klar da muss aber wirklich jemand sehr besorgen gewesen sein aber so zeichne ich mich besoffen bin erinnert mich an mich sagt sagt einer wie geil ist das denn wohin führt das denn wohin führt das führt das in die verderbe weiß das ist denn wenn ich da ist das ist mir so merkwürdig wohin führt das denn alles das führt er dich got the music go back and look at that da führt auch ne linie rein what the fuck was ist da los kann ich denn da hä okay was nun nicht da jetzt lang gehe wow okay nice noch mal die linie noch mal dass das linien spielt das ist geil ich das liebe das ist herrlich ich sage forget the adventure line what's it ever done for us what we're intelligent people right why can't we make up our own story something exciting daring mysterious all this all sounds perfectly doable why don't we simply start wandering in well i don't know how about this direction hier lang juhu jawohl neues terren this is exciting just me and stanley forging a new path a new story well it could be anything what do you want our story to be go wild use your imagination whatever it might be stanley i'm ready for it what the fuck ich geh nur im kreis lang was hä was soll das wo führst du mich hin hallo wow oh oh okay ich soll sie nicht nehmen okay moment dann nehmen wir sie mal nicht und gehen hier mal lang mal gucken was er dann macht aber wie gemein wie gemein das ist jetzt wieder die linie okay ich glaube ich glaube wir müssen da einfach weiter weil anders anders geht es glaube ich nicht okay nein gucken wir mal was macht er denn was macht er denn wenn wir jetzt der linie nach gehen wir haben was anderes bleibt uns sowieso nicht übrig also los geht's weiter der linie folgen alter du musst aber richtig und besoffen gewesen sein oh wohin okay nice wow wow we get to make a decision from here the story is in our control how important we mustn't squander the opportunity in fact i believe i need a minute to think here just walk in circles for a minute okay einfach im kreis für eine minute und was so und wenn jetzt w we 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 und um zu wo wir gehen. Und da die Antwort ist klar ja, dann ist die Tür auf der rechten Seite der korrekte. Eine weitere Verletzung für die Logik. Komm Stanley, unser Destin ist erwartet. Oh, warte, was ist das? Hm, hm, das Konfusion zu Ende. Sechze Minuten, wow. Das ist das, was das ist. Das ist alles ein gigantes Ende. Und wir müssen das Spiel wieder aufbauen, acht, acht Mal? Das ist wirklich so, wie es alles geht? Es ist alles... entscheidend? Also, jetzt, according zu der Regie, habe ich wieder aufbauen. Dann, was, muss ich nur vergessen? Was, wenn ich nicht vergessen will? Mein Geist geht blank, einfach weil es hier auf dieser... Das Ding... Wall... Well... Who consulted mich? Warum nicht ich mich zu entscheiden? Warum nicht ich mich zu sagen in all of das? Ist es wirklich... Nein, es kann nicht sein. Ich... Ich will es nicht sein. Ich will es nicht sein. Ich will es nicht, dass das Spiel weiterentwickelt werden. Ich will nicht vergessen, was passiert ist. Ich will nicht so sein. Ich will nicht das Spiel wiederentwickeln. Ich will nicht... Ich will nicht... Ich will nicht... Und der Zeit zurück... Stoppt... Das bedeutet, dass wir... ... dépensern müssen? Können wir den cycle... ...dass wir das Spiel... ... das, ähm... ... wassit的話, was macht die Zeit? Wie können wir even wissen? Wird jemand kommt für uns? Wird etwas passieren? Wird etwas passieren? Was ist denn das hier für eine Scheiße? Unfassbar, falls man jetzt gerade irgendwie etwas gehört hat im Hintergrund, also so ein Geräusch von Discord oder so, dann nicht wundern, ich bin gleichzeitig im Discord aktiv, deswegen ja bitte nicht wundern, wenn man da vielleicht immer wieder mal irgendwas zu hören kriegt, so aber ich würde mal sagen, bevor wir hier weitermachen, möchte ich mal sagen, ich speichere hier mal kurz ab und ja, weil das ist echt nice, das ist echt nice gemacht Und vor allem das mit der Linie fand ich schon mal nice Und ziemlich cool Ja, ich wollte eigentlich ursprünglich, wollte hier eigentlich den Weg mit der roten Tür einschlagen, aber dann kam doch wieder alles an, das ist alles erwartet Und ja, ich bin mal sehr gespannt, was uns jetzt noch alles erwartet, denn ich glaube, wir haben doch ein paar Enden jetzt mittlerweile geschafft Ich weiß nicht, welche Enden wir jetzt alle haben und welche noch kommen werden, ich habe keine Ahnung, was uns das Spiel noch so zu bieten hat Aber ja, es ist auf jeden Fall ziemlich lustig, hier mal ein bisschen herumzugehen und neue Wege zu entdecken und bla, das ist echt cool Also, wenn ihr wollt, unterstützt die Entwickler und kauft euch das Spiel, wenn es euch gefällt, das ist echt geil Und ja, ich kann nur sagen, es ist auf jeden Fall empfehlenswert und lustig, es mal selbst zu spielen So, in diesem Sinne, Freunde, ich würde mal sagen, das war's mal von dieser Folge Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Und in der nächsten Folge geht's weiter mit der Stanley Parable Und vielleicht sogar wieder einen neuen Weg Also dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal Tschüss Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020